hallo meine lieben krebse herzlich willkommen zu ihrer legung für den monat oktober wollen wir doch mal schauen was auf euch zukommt meine lieben krebse es gibt neuigkeiten ihr könnt nun eine kanalmitgliedschaft bei mir abschließen da bekommt ihr zugriff auf zusätzliche videos vorab zugriff auf alle meine inhalte ihr könnt bei exklusiven umfragen teilnehmen etc informiert euch gerne darüber unter diesem video ich schaue mal was euch so erwartet im monat oktober für die krebse im monat oktober was haben wir hier wir haben den pagen der schwerter wir haben den ritter der münzen wir haben die drei der schwerter wir haben die sieben der schwerter und den narren ok meine lieben krebse ich habe das gefühl dass es für euch darum geht etwas noch mal zu reflektieren über etwas noch mal nachzudenken es wird zeit dafür so fühlt es sich für mich an also es wird zeit dafür irgendwas noch mal zu durchdenken vielleicht auch auf eine art kritisch zu hinterfragen sich selbst zu reflektieren andere dinge umstände zu reflektieren also es geht darum noch mal darüber nachzudenken mit dem pagen der schwerter könnte es aber auch sehr gut darum gehen dass man in bezug auf etwas noch mal die kommunikation sucht über dinge spricht dass das wichtig sein wird dinge zu klären aus der welt zu schaffen darüber zu sprechen so oder so ob du nun das gespräch suchst oder irgendeine sache aussprichst es wird wichtig sein ob du das nun tust oder nicht zu reflektieren oder über irgendwas noch mal nachzudenken ja also vielleicht auch kritisch zu hinterfragen und etwas zu reflektieren ich sehe dass sich hier eine sache so ein bisschen zieht also irgendwas dauert lange entweder wartest du schon länger auf ein ein gespräch eine auseinandersetzung ein ereignis irgendetwas was geschehen soll aber ich sehe dass das schon sehr lange dauert oder dass du lange darauf wartest oder dass dieser prozess nur sehr langsam vonstatten geht ja also hier ist geduld gefragt es geht irgendwie darum noch abzuwarten die dinge reifen zu lassen in einer form geduldig zu sein ja geduld ist hier ein ganz ganz wichtiger faktor irgendwas braucht vielleicht auch zeit um sich zu stabilisieren oder zu wachsen mehr heranzureifen langsam machen geduldig sein ja hier geht es um stabilität das kann aber auch langeweile sein ja also es kann wirklich genau das wort sein langeweile irgendwas was lange dauert irgendetwas ist langweilig weil es sich lange nicht verändert hat weil das schon lange so ist der ritter der münzen das ist jetzt eine spezielle nachricht könnte eine person in deinem leben sein die vielleicht diese anteile verkörpert die vielleicht ein bisschen langsamer ist ein bisschen bedächtiger vorsichtiger ist das könnte der fall sein ich sehe tatsächlich dass irgendeine sache hier nicht so gut läuft ja die drei der schwerter sind hier ich habe die sieben der schwerter hier der page der schwerter am anfang also irgendeine sache entwickelt sich nicht so erfreulich es gibt eine enttäuschung es gibt vielleicht eine absage in bezug auf etwas zurückweisung vielleicht ist es noch nicht das richtige timing für etwas oder irgendetwas ist nicht dafür bestimmt das zu sein was du gerne hättest ja oder was du dir von dieser sache oder person oder situation erhoffst hier sind irgendwelche geplatzten hoffnungen irgendwas entwickelt sich nicht so gut das sollte ich jetzt aber nicht entmutigen weil ich hier nämlich auch eine sehr erfreuliche nachricht habe also erst mal zu den sieben der schwertern hier gibt es etwas eine sache der man sich nicht stellt der man aus dem weg geht die man aufschiebt mit der man sich nicht auseinandersetzt oder die man vielleicht auch auf die lange bank schiebt entweder willst du dich hier mit einem projekt oder eine sache nicht weiter auseinandersetzen oder du schiebst sie unnötig auf die lange bank vielleicht geht es hier aber auch um eine klärung um irgendetwas wie ein gespräch zum beispiel und du schiebst das schon sehr lange auf also das wirkt ein bisschen so als würde man der sache aus dem weg gehen sich der sache nicht so wirklich stellen wollen ja ich sehe aber auch dass hier mit dem narren etwas neues reinkommt also dass ein neuanfang möglich ist beziehungsweise dass leichtigkeit möglich ist also wenn in dieser angelegenheit wenn das so eine gewisse schwere bekommen hat und das diese leichtigkeit verloren gegangen ist dann sehe ich hier kommt leichtigkeit zurück vielleicht hat das mit dieser situation in dem sinne nicht wirklich was zu tun sondern zeigt hier vielleicht einfach nur an dass diese sache nun zu einem ende kommt und du nun einen neuanfang wagen kannst das kann zum beispiel in einer ganz bestimmten situation der fall sein dass du da sagen kannst jetzt kann ich neu anfangen das kann aber auch vielleicht ein neustart oder ein neuanfang mit dieser situation sein ja also dass du hier nochmal über irgendwas nachdenkst reflektiert und erkennst okay das ist nicht so gut gelaufen das dauert hier vielleicht schon sehr lange oder es gab hier enttäuschung aber jetzt reicht es mit dem aufschieben mit dem davonlaufen jetzt möchte ich hier einen neuanfang wagen oder ich will es noch mal neu probieren ich will noch mal neu darauf zugehen auf diese sache ja irgendwie anders vielleicht auch an die sache rangehen ein bisschen mehr mit leichtigkeit das wäre sehr gut möglich ich werde jetzt noch ein paar orakel karten ziehen um das ganze noch ein bisschen deutlicher zu bekommen für die krebse im oktober was haben wir hier hier geht es um eine vergangene liebe eine vergangene freundschaft eine vergangene situation die dir sehr am herzen lag sie die einst liebte das war dir mal sehr wichtig das lag dir mal sehr am herzen das kann eine person sein im romantischen bereich ein ex partner ex partnerin eine alte freundschaft eine alte bekanntschaft das kann aber auch ein altes projekt sein eine alte arbeitsstelle irgendetwas oder ein altes hobby sogar ja also irgendetwas was dir super am herzen lag in der vergangenheit und es geht jetzt irgendwie in einer form darum neu anzufangen oder ein neuanfang zu wagen allerdings mit den sieben der schwertern könnte das so ein bisschen so ein eiertanz sein also dass man nicht wirklich dazu kommt ja sondern dass man vielleicht darüber nachdenkt ist aber nicht wirklich durchzieht ja weil da vielleicht ängste sind man man will sich der sache nicht stellen aus welchem grund auch immer ja vielleicht hat man angst wieder enttäuscht zu werden oder man fühlt sich schlecht und schiebt es dann vielleicht so ein bisschen vor sich her schauen wir weiter was haben wir hier noch für die krebse im monat oktober look closer she's not lonely ok also falls du dich einsam fühlst oder das gefühl hast alleine zu sein könnte das hier ein hinweis für dich sein dass du nicht alleine bist dass du menschen in deinem umfeld hast die für dich da sind die an deiner seite sind hier geht es aber auch um den aspekt zum beispiel tiere vielleicht hast du ein haustier oder vielleicht schaffst du dir ein haustier an ja das könnte hier etwas sein also dass du dich vielleicht nicht so alleine fühlst ja und das ist gar nicht mal so zu unterschätzen also diese sache mit dieses ich sage mal dieses stereotip was man gerne benutzt dass man als frau irgendwann alleine mit zehn katzen endet das können auch eine form von seelenpartner sein seelenverbindungen sein ja so so nicht nicht seelenpartner sondern wie sagt man das ja doch irgendwie sowas wie soulmates oder man kann auch eine seelische verbindung zu tieren haben ja das kann auch manchmal sehr schicksalhaft sein dass man das gefühl hat man war irgendwie man kann man kennt sich aus einem alten leben das ist total irre also jeder der schon mal tier hatte oder hat weiß was ich meine da kann eine sehr sehr starke verbindung auch sein zu tieren genau also ich glaube das ist einfach hier hier steht nichts neues ich glaube darum geht so ein bisschen dass du es geht ich glaube bei dieser karte geht es um freundschaften ich glaube bei dieser karte geht es darum zu erkennen dass man nicht alleine ist also vielleicht ist das auch so ein ding dass du dich in diesem monat alleine fühlst und dass du dich fragst in bezug auf deine alten bekanntschaften alte freundschaften ex-partner dass du da sage ich mal so ein bisschen dich dahin zurückversetzt fühlst vielleicht hast du den impuls wieder kontakt zu bestimmten personen aufzunehmen das kann manchmal gut sein aber tatsächlich ist das in den seltensten fällen der fall weil es gibt einen grund warum die in der vergangenheit sind ich will das dir jetzt gar nicht absprechen oder so ja vielleicht ist das eine super tolle idee manchmal kann daraus was ganz tolles entstehen ja eine alte freundschaft wird wiederbelebt und ist für eine zeit lang echt toll ex-partner da bin ich so ein bisschen würde ich nicht empfehlen ja es gibt einen grund warum er oder sie dein ex ist deswegen eher nicht und gerade mit den sieben der schwertern glaube ich auch ist dass das vielleicht auch nicht die die lösung ist der nahe steht eben für was neues ein neuer anfangen klar kann das für ein neuer anfangen stehen in bezug auf etwas altes es kann aber auch bedeuten dass etwas neues auf dich wartet also dass gesagt wird hey okay entweder bekommt das alte eine neue form aber wahrscheinlicher ist es dass das alte das alte bleibt und du einfach neue personen neue situationen in dein leben ziehen wirst ja du bist nicht alleine manchmal neigen wir dazu in situationen wo wir uns alleine fühlen und einsam fühlen besonders die singles dass man dann anfängt bei den ex-partnern rumzugraben oder irgendwelche ex dates oder was auch immer und anfängt zu vergleichen und denkt oh der oder die war doch gar nicht so schlimm und bla 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 und hast du nicht gesehen aber das ist ich glaube das ist irgendwie so ein psychologischer trick in uns der da stattfindet das passiert gar nicht mal so selten weil es einfacher ist in so einer situation wenn man sich alleine fühlt auf das altbekannte zurückzugreifen als sich für was neues zu öffnen ja und dann kommen solche situationen zustande aber wie gesagt ich bleibe dabei es gibt einen grund warum er oder sie deine ex ist oder warum man nicht mehr miteinander befreundet ist oder warum man keinen kontakt mehr hat oder was auch immer es gibt einen grund aber das kannst du reflektieren darüber kannst du nachdenken was auch immer das hier ist ja ich werde jetzt ein paar würfel legen für dich für den monat oktober spannend spannend wir haben hier den wassermann wir haben das neunte haus und wir haben saturn das ist ja eine interessante energie ich glaube dass es hier tatsächlich um genau das geht was ich meine schaut mal die wassermann energie verkörpert das neue die zukunft innovation neue wege saturn verkörpert altes vergangenes anhaftungen hindernisse schwierigkeiten etc ich habe so ein bisschen das gefühl dass du zwischen diesen beiden sachen hin und her gerissen bist dass du das alte und das neue gerade so ein zwiespalt darstellt aber saturn und wassermann kann auch das gefühl von einsamkeit und allein sein darstellen hier look closer she's not lonely schau genauer hin sie ist nicht einsam sie ist nicht allein das gefühl von einsamkeit könnte hier eine rolle spielen das neunte haus steht für das wie du die welt siehst das ist religion glaube dein weltbild das sind sinnfragen es könnte sehr gut der fall sein dass für dich etwas sinn machen wird das neunte haus kann aber auch für das ausland stehen vielleicht geht es hier um reisen eine situation die mit dem ausland zusammenhängt etc das könnte auch der fall sein ich habe aber das gefühl dass das so alles in allem betrachtet so ein bisschen das ist dass sich das etwas sinn machen wird in bezug auf das gefühl alleine zu sein also einsamkeit versus allein sein und das ist nicht dasselbe dass du das anders sehen wirst dass du vielleicht ein bisschen mehr den frieden schließt wenn du dieses gefühl hast mit dem allein sein mit dem zustand des allein seins dass du dich nicht einsam fühlst sondern dass du dich in guter gesellschaft siehst mit dir selbst ja das könnte was sein also dass das sinn für dich macht dass das wie so eine erkenntnis für dich sein wird meine lieben krebse das war es auch schon das war eure legung und ich freue mich darauf wenn ihr diesen kanal unterstützt durch ein kostenloses abo einen daumen hoch einen lieben kommentar wenn ihr wollt auch gerne eine kanal mitgliedschaft wenn ihr hilfe braucht könnt ihr euch gerne an mich wenden für eine tarot beratung oder astrologische beratung ihr könnt auch schriftliche horoskope bei mir buchen ihr findet alle informationen dazu in der infobox verlinkt unter diesem video ich sage vielen dank fürs zuschauen und würde sagen bis zum nächsten video